Aber wir haben heute den 17. Juni und vor 70 Jahren, vielleicht ist noch der ein oder andere Zeitzeuge unter Ihnen, unter euch, unter uns. Ihr seid auf die Straße gegangen zu Millionen. Und warum seid ihr auf die Straße gegangen? Naja, manche sagen bessere Arbeitsverhältnisse. Naja, ihr wolltet die Freiheit haben. Ihr wolltet Reisefreiheit haben, ihr wolltet Meinungsfreiheit haben, meine Damen und Herren. Und wer sich die letzten Tage am Bundestag angeguckt hat und hat meinen Kollegen angeguckt und hat gesagt, Kai Überziegler, wenn es der ein oder andere noch nicht gesagt hat, einfach googeln, wie gesagt hat, die heutige Regierung würde solche Demonstrationszüge auch bekämpfen. Er hat Recht, meine Damen und Herren. Und warum hat er Recht? Guckt euch die Demos an, als sie uns die Grundrechte eingeschenkt haben im November in Berlin, wie sie mit Wasserwerfer aufs eigene Volk losgesangen sind, meine Damen und Herren.